Schon mit 14 Jahren habe ich gewusst, dass ich nicht wie mein Vater in einem schlecht bezahlten Job enden will. Als Buchhalter, um dann mit meinem Sohn in einem alten Golf zur Schule zu fahren. Ich wollte auf der Seite der Gewinner stehen. Also studierte ich Wirtschaft und angewandte Mathematik an der Harvard University und wurde erfolgreicher investenden Banker an der Wall Street. Doch das haben wir noch lange nicht genug. Daher entschied ich mich für den Weg als Unternehmer und Investor. Aber meine Vision geht noch weiter. Ich will etwas in der Welt hinterlassen. Deshalb werde ich bis 2035 zumindest 135.000 Menschen lernen, wie Wirtschaft und Finanzen funktionieren, um sie somit zu Millionären zu machen. Um dann mit den Besten feiern zu können, würde ich bis dahin meinen eigenen Westernpunk-Dauer errichten. Mein Name ist Gerald Hörhann, ich bin dein Westernpunk. reden Sie im Einblick auf euch in der Ahh-ue. Bis zum nächsten Mal.